Ich lobe euch, liebe Brüder, dass ihr an mich gedenkelt in allen Stücken und haltet die Weise, gleich wie ich euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eins jeglichen Mannes Haupt. Der Mann aber ist des Weibes Haupt, Gott aber ist Christus Haupt. Ein jeglicher Mann, der da betet oder weissaget und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Ein Weib aber, das da betet oder weissaget mit unbedeckten Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist eben so viel, als wäre sie beschoren. Will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr auch das Haar ab. Nur es aber übel steht, dass ein Weib verschnitten Haar habe oder beschoren sei, so lasset sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, sind mal er ist Gottes Bilde und Ehre. Das Weib aber ist des Mannes Ehre. Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib ist vom Manne. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes Willen, sondern das Weib um des Mannes Willen. Darum soll das Weib eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel Willen. Doch ist weder der Mann on das Weib, noch das Weib on den Mann in dem Herrn. Denn wie das Weib von dem Manne, also kommt auch der Mann durchs Weib, aber alles von Gott. Richtet bei euch selbst, ob's wohl stehe, dass ein Weib unbedecket für Gott bete. Oder lehret euch auch nicht die Natur, dass einem Mann eine Unehre ist, so er lange Haar zeuget, und dem Weibe eine Ehre, so sie lange Haar zeuget? Das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust zu zanken hat, der wisse, dass wir die Weise nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ich muss aber dies befehlen, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht auf besser Weise, sondern auf ärgerweise zusammenkommet. Zum Ersten, wenn ihr zusammenkommet in der Gemeinde, höre ich, es sei Spaltung unter euch, und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen Rotten unter euch sein, auf dass die, so rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden. Wenn ihr nur zusammenkommet, so hält man da nicht das Herrn Abendmahl. Denn so man das Abendmahl halten soll, nimmt ein jeglicher sein eigenes vorhin. Und einer ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr aber nicht Häuser, da ihr essen und trinken möget? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes, und beschämt die, so da nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, danket und brach's und sprach. Nehmt, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch der Kelch nach dem Abendmahl und sprach, Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis das er kommt. Welcher nur unwürdig von diesem Brot esset oder von dem Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unwürdig esset und trinket, der isset und trinket ihm selber das Gerichte, damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch also viele Schwache und Kranke unter euch und ein guter Teil schlafend. Denn so wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtiget, auf das wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommet zu essen, so harret einer des anderen. Hungert aber jemand, der esse daheim, auf das ihr nicht zum Gerichte zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Von den geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten. Ihr wisset, dass ihr Heiden seid gewesen und hingegangen zu den stummen Götzen, wie ihr geführt wurdet. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesum verfluchet, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesum einen Herrn heißen und durch den Heiligen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Heer. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket, alles in allen. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutz. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselbigen Geist. Einem anderen der Glaube in demselbigen Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in demselbigen Geist, einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirket derselbige einige Geist und teilet einem jeglichen Seines zu, nachdem er will. Denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber eines Leibes, wie wohl ihr viel sind, sind sie doch ein Leib. Also auch Christus, denn wir sind in einem Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle in einem Geist getränket. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. So aber der Fuß spreche, Ich bin keine Hand, darum bin ich des Leibes Glied nicht. Sollte es um des Willen nicht des Leibes Glied sein? Und so das Ohr spreche, Ich bin kein Auge, darum bin ich nicht des Leibes Glied. Sollte es um des Willen nicht des Leibes Glied sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehöre? So er ganz das Gehöre wäre, wo bliebe der Geruch? Nu aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. So aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nu aber sind der Glieder viel, aber der Leib ist einer. Es kann das Auge nicht sagen zu der Hand, Ich darf deiner nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, Ich darf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken, die schwächsten seien, sind die nötigsten. Und die uns dünken, die unehrlichsten seien, denselbigen legen wir am meisten Ehre an. Und die uns übel anstehen, die schmücket man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib also vermengelt und dem dürftigsten Glied am meisten Ehre gegeben, auf das nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und so ein Glied leidet, so leiten alle Glieder mit, und so ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid aber der Leib Christi, und Glieder ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde, aufs erst die Apostel, aufs andere die Propheten, aufs dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben gesund zu machen. Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Sind sie alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Sind sie alle Wundertäter? Haben sie alle Gaben gesund zu machen? Reden sie alle mit mancherlei Sprachen? Können sie alle auslegen? Strebt aber nach den besten Gaben, und ich will euch noch einen köstlichen Weg zeigen. Solange dein Herz schlägt, ist die Ausrichtung deiner Gedanken maßgebend, wofür du deine Energie und Zeit einsetzt. Es gibt Aufgaben und Probleme, die nur durch deine Anwesenheit gelöst werden können. Doch dafür musst du den Weg gehen, der für dich gemacht ist. Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de Und das Fiebelheft kostenlos und versandkosten. Und das Fiebelheft kostenlos und versandkosten. Und das Fiebelheft kostenlos und versandkosten.